Hallo Leute, es freut mich euch wieder mal begrüßt zu dürfen. Gott sei Dank, dauert es ja bis zur Eröffnung nicht mehr so lange. Und wir machen jetzt dieses Video um ein paar kleine Neuigkeiten zu erfahren. Und zwar möchten wir uns zuerst mal bei unserem Sponsor Body Slow Racing, aber auch vor allen Dingen bei Bistro Cockpit, hier am Normuschring in Breitscheid in der Einfahrt, bedanken, dass die jetzt schon das vierte Jahr zu uns halten und uns sponsern. Und die es auch wirklich gemacht haben, jetzt das Auto wieder in einer neuen Vollierung darstellen zu können. Und dafür sind wir jetzt heute hier und wollen euch jetzt zu Beginn der Saison einfach mal das neue Auto zeigen. Dazu gehen wir mal kurz rüber. Wie ihr ja seht, hat sich bei der Vollierung nicht viel geändert. Aber wir haben versucht, noch ein bisschen interessanter durch die andere Farbgebung ein bisschen spektakulärer zu machen. Und ich darf euch auch unseren neuen Sponsor, der auch für die Vollierung verantwortlich ist und die es super gut gemacht hat für die Kölzer Wärmetechnik bedanken, dass sie das so schnell und so gut auch wieder hinbekommen haben. Und wir hoffen jetzt einfach nur, dass euch das Auto auch gefällt und dass wir jetzt die nächste Saison etwas bunter und schöner wird, wie jetzt die letzte Corona-Saison und hoffen, dass wir euch auf unserem YouTube-Kanal alle wiedersehen, wenn die Saison jetzt wieder anfängt. Dann sage ich mal vielen Dank und bis zum 6.3., wo wir dann hoffentlich endlich los starten können. Danke! Herz war über Philippe. links. revealed bis zum nächsten Mal o bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.